Wir haben Besuch und zwar von Kamrad aus Wuppertal. Sag mal immer so gerne. Guten Tag. Hi. Wir dürfen dich den nächsten Mal ansprechen. Worauf reagierst du? Auf Tim oder auf Kamrad oder auf beides? Ich reagiere auf alles, aber am liebsten, glaube ich, privat auf Tim. Okay, so. Und I Believe, muss man dazu sagen, ist nicht der erste Song, den wir hier bei Radios, aber wir liebend gerne spielen. Da gab es schon einen anderen, nämlich Blame it on the Lights. Ja. Fand ich sensationell. Ich werde nie begreifen, warum der nicht in Charts gelandet ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Damals gab es noch den Tim vor dem Kamrad. Wo ist denn der hin? Der ist gerade weg oder ist erst mal weg, weil wir, beziehungsweise weil ich während Corona, wie viele andere vielleicht auch, Zeit hatte, ein bisschen nachzudenken und überlegt habe, okay, was hat sich denn in der letzten Zeit getan und wer bin ich denn eigentlich und was ist los? Es gab ja viel Zeit zum Denken und da habe ich dann gedacht, naja gut, ich habe mich in den fünf Jahren, wo ich jetzt Musik als Künstler mache, doch ein bisschen verändert und ich mache andere Musik, ich mag andere Musik und es soll ein bisschen anders klingen. Und damit es auch ein bisschen anders wirkt, habe ich dann gedacht, naja, warum geben wir dem Ganzen nicht ein bisschen einen Neuanstrich? Und da habe ich lange überlegt, aber ich wollte mich nicht ganz anders nennen und ich dachte, Kamrad ist immer noch persönlich, hat ein bisschen mehr Projektcharakter, ist vielleicht ein bisschen erwachsener, aber ja, eben auch ein bisschen vielleicht internationaler. Entsprechend für mich war es so ein bisschen, ja, ein neues Kapitel und dann auch eine neue erste Single. Das war irgendwie ein aufregendes Ding, das zu machen. Also es klingt schön, wenn dann jemals zum Beispiel nicht in Deutschland dann im Radio sagt, hier ist Kamrad. Ja, genau, es ist tatsächlich passiert jetzt auch sogar in Deutschland, ich habe das auch schon ein paar Mal gehört und da muss ich immer ein bisschen lachen, ich finde es aber auch cool, weil tatsächlich war es auch so, bei ein paar englischen Interviews, die ich schon gegeben habe, sage ich dann selber Kamrad, weil es komisch ist, aus dem Englischen heraus das zu sagen. Also es ist ganz komisch, aber es ist auf jeden Fall besser als Tim Kamrad zu sagen, dementsprechend bin ich sehr glücklich damit. So, vom ersten Tag an spielen wir, I believe, wir lieben diesen Song, unsere Hörer lieben diesen Song, das sehen wir jeden Tag in den Tests, die wir hier machen. Mal mit deinen Worten ganz kurz, worum geht es in dem Song? Es geht darum, dass es in meinem Gefühl gerade und vor allem in den letzten zwei Jahren sehr, sehr schwer ist, Menschen richtig kennenzulernen, weil wir uns alle sehr gut aussuchen können, was wir bei Social Media und Co. einfach zeigen können und das sind natürlich meistens unsere besten Seiten und dann, wenn man sich persönlich trifft, merkt man ja, man hat ja dann doch die ein oder andere Macke und vielleicht ist es dann, weil man das ja nirgendwo sehen kann, manchmal so eine Negativ-Überraschung und das habe ich ganz oft erlebt, auch bei Freundschaften und so, dass Menschen dann eben nicht mehr so richtig beziehungsfähig sind und ich habe mir dann einfach gedacht, naja, bevor ich mir das antue, bleibe ich lieber zu Hause und lege mich schlafen. Ja, und im Video landest du mit ganz vielen Menschen im Bett, fertig gecastet? Niemand tatsächlich. Es war so, dass ich Mitte letztes Jahr mich von meiner alten Plattenfirma getrennt habe und dann quasi erstmal mit meinem neuen Team angefangen habe zu arbeiten, aber erstmal komplett ohne große Firma im Hintergrund war. Das heißt, es gab kein wirkliches Geld, womit ich jemanden casten konnte. Dementsprechend sind das alles gute Freunde und sogar Familie von mir, zum Beispiel der sehr gut aussehende junge Mann mit Sixpack, für alle, die sich das vielleicht angucken wollen. Ist nicht Kamrad. Ne, es bin nicht ich, leider, 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 aber es ist mein Cousin und ja, bequem ist das Sixpack nicht, wenn man mit dem Arm drauf liegt, aber gut aussehen tut's. Ja Mädels, das müsst ihr euch gut überlegen, ob ihr wirklich ein Sixpack neben euch im Bett haben möchtet. So, was ist denn das eigentlich für ein Gefühl, jetzt endlich eine Nummer zu haben, die überall hoch und runter läuft? Ein völlig absurdes, geiles Gefühl. Ich stehe wirklich jeden Morgen auf und kriege dann Updates geschickt von meinen Promoterinnen oder von meinem Management und bin jedes Mal wirklich geflasht. Ich kann das gar nicht glauben. Wenn der Song im Radio läuft, dann mache ich laut und ich freue mich und das ist für mich das erste Mal und ja, irgendwie auch das schönste Mal. Aber auch, glaube ich, sehr, sehr schwer, das zu begreifen. Ich glaube, erst, wenn ich mal Ende des Jahres mal so einen kleinen Urlaub mache und merke, was eigentlich so passiert ist, dann realisiert man das erst. Ja, und du läufst wirklich extrem oft. Ist es dir persönlich schon zu oft oder geht's noch? Wir kann es nicht zu oft sein. Also ich muss sagen, ich liebe es immer noch sehr und ich freue mich auch, weil meine Eltern das natürlich auch verfolgen, die haben mich lange unterstützt und jetzt kriege ich, die sind gerade im Urlaub im Norden Deutschlands und die schicken mir wirklich die ganze Zeit auch Videos und Bilder. Ja, du läufst schon wieder im Radio, du läufst schon wieder im Radio. Und das ist echt das Schönste, wie man sieht. Das macht so vielen Menschen eine Freude und es macht mir eine Freude entsprechend. Zu oft gibt's noch nicht. Ja, so. Vor vier Jahren, das wissen wir, hast du schon mal ein Album rausgebracht. Das heißt, es wird ja langsam mal Zeit für Neues. Das auf jeden Fall. Und wir haben auch einige Songs, die schon fertig sind und auch die nächsten möglichen Singles sind schon fertig. Es ist jetzt gerade so, dass ich gerade mit diesem Neustart gesagt habe, es ist erstmal viele Singles, die kommen werden, viele Einzeltracks, so auch wahrscheinlich dieses Jahr noch definitiv noch ein bisschen neue Musik. Und dann aber nächstes Jahr, wenn eine Tour ansteht, die wir gerade planen, so im Frühjahr, wird es auf jeden Fall eine Sammlung an Songs geben. Ob es ein Album oder eine EP ist, ist noch nicht ganz klar, aber auf jeden Fall ein paar mehr Songs dann mal. Ich meine, du hast ja jetzt die letzten beiden Jahre viel Zeit gehabt. Wir möchten erstmal wissen, wie hast du denn jetzt die Pandemie für dich persönlich erlebt? Hat es dich und deine Karriere ausgebremst? Wie hat das dein Leben verändert? Also es hat natürlich was ausgebremst, weil ich wirklich am, ich glaube, 15. März hätte meine Support-Tour 2020 mit Nico Santos begonnen. Und das war was, worauf ich mich sehr gefreut hatte, weil Nico natürlich jemand ist, zu dem ich hochschaue. Der ist jemand, der auch aus Deutschland englischsprachige Musik macht und sehr erfolgreich ist und auch einfach ein guter Typ. Und das wurde dann wirklich, glaube ich, zwei Tage vorher gecancelt durch den ersten Lockdown und dann ging es halt los. Keine Live-Konzerte, es war natürlich deprimierend dann. Und das Gute war aber, man hatte Zeit nachzudenken, man hatte Zeit, Songs zu schreiben und auch Sachen wieder wegzuschmeißen. Und noch zehnmal zu machen, weil ja so lange nichts ging. Und das war halt ganz gut daran. Entsprechend nicht nur negativ, aber nochmal würde ich es, glaube ich, nicht aushalten. So, aber die Geschichten mit Nico Santos hast du ja danach geholt. Genau, absolut. Im letzten November war ich dann mit Nico auf Tour und das war echt so nach Corona der erste Lichtblick, wieder so live zu spielen, Menschen zu sehen, auf der Bühne zu stehen. Und das war nur ein kurzer Lichtblick, danach ging es ja wieder in den nächsten Lockdown irgendwie. Und dementsprechend wussten wir das auch schon sehr zu schätzen. Und das war auch für I Believe tatsächlich der Start. Da wurde die Nummer zum ersten Mal vorgestellt und ja, so ging alles los irgendwie. Ja, und ich versuche mir das ja mal vorzustellen. Da ist ein Singer-Songwriter aus Deutschland mit dem anderen zusammen unterwegs und man unterhält sich. Was hat ja Nico Santos so mit auf den Weg gegeben? So, wo er gesagt hat, pass mal auf, denk unbedingt daran, das ist ganz wichtig. Hätte man mir damals auch sagen sollen. Also vor allem jetzt gerade, wir haben uns gestern tatsächlich getroffen und lange geredet, wir waren essen und hatten echt einen schönen Tag zusammen. Und da hat er mir vor allem eine Sache gesagt und ich glaube, damit hat er echt recht, genieß das, was gerade passiert. Er hat das ja auch erlebt mit Rooftop und dann ging es los und ich kann es ja noch gar nicht glauben. Und er sagte halt, versuch nicht daran zu denken, was die nächste Single und was danach kommt, sondern versuch auch mal kurz im Moment zu sein. Weil das ist nun mal das erste Mal und so genau wie es jetzt ist, wird es nie wieder sein. Entsprechend genießen und Spaß haben, weil das merken die Leute und am Ende wollen wir ja alle ein bisschen Spaß haben. Ja, ich glaube, man möchte das als Musiker dann einfach immer wieder wiederholen. Plötzlich hat man dann so einen Druck wahrscheinlich und so, ja? Ein bisschen, aber das Gute ist, ich habe vor allem selber mir gegenüber einen Druck, weil die Nummer war ein Song, den wir komplett in meinem Produzententeam, in dem ich schon lange arbeite, einfach so geschrieben haben für uns. Wir fanden den gut, wir haben wirklich das gemacht, was wir gut fanden. Das klingt so klischee-mäßig, ist aber wirklich so. Und der Druck war jetzt eher so diesen Qualitätsanspruch, den ich an mich selber habe, wieder so ein bisschen standzuhalten. Und wir haben jetzt ein, zwei Nummern, die spielen wir auch schon live jetzt auf den Festivals, bei denen ich ein super Gefühl habe. Die machen mir Spaß und die machen live Spaß. Und das ist schon mal der erste Durchatmer bei mir gewesen. So, okay, ich kann vielleicht noch einen guten Song machen, der mir gefällt. Und wie es dann bei anderen ankommt, weiß man ja nie. Aber der Druck ist natürlich irgendwie ein bisschen da. Aber es ist der schönste Druck, den man haben kann. Ich habe gehört, du spielst vier Instrumente. Man könnte dich als Multi-Instrumentalist bezeichnen, ein schwieriges Wort. Wie wird man das eigentlich? Also ich würde mich nicht so bezeichnen, auch wenn ich das irgendwie hinkriegen würde. Ich bin eigentlich Gitarrist und spiele dann auch auf der Bühne tatsächlich Bass. Aber Klavier und Drums würde ich mir auf der Bühne nicht zutrauen. Mach es aber im Studio dann ab und zu. Und man wird es einfach nur Learning by Doing mäßig. Weil man will nicht immer Leute fragen, kannst du mir das Klavier einspielen? Kannst du das machen? Kannst du jenes? Sondern ich habe eine Idee und ich will die selber umsetzen. Und vielleicht kennt man das, wenn man, keine Ahnung, man hat eine Vorstellung im Kopf und man erzählt das jemandem und kriegt es nicht rübergebracht. Dann ist es immer einfacher, das zeigen zu können. Und das war der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich muss die Basics können. Und dementsprechend Gitarre, Bass traue ich mich auf der Bühne, Klavier noch nicht und Drums wahrscheinlich nie. Weil Prince hat das ja mehrmals hinbekommen, seine kompletten Alben komplett einzuspielen. Alles selber zu machen, würdest du auch hinbekommen. Boah, also ja, ich glaube mit der elektronischen Hilfe, die es heute gibt, ja, aber natürlich nicht so gut wie Prince. Da muss man sagen, ich bin riesen Prince-Fan, bin immer wahnsinnig begeistert, wie gut das alles groovt, wenn man überlegt, dass es nur eine Person war. Also ich würde mich nicht so talentiert wie Prince bezeichnen, aber ich würde es auch einigermaßen hinbekommen. Ja, wir bleiben noch ein bisschen auf dem Boden. So, aber ich habe auch gehört, eines deiner größten Hobbys, wenn nicht gar dein größtes, ist Essen. Das stimmt, ja, das klingt völlig absurd, das ist aber so. Ich liebe es, neues Essen zu entdecken, ich liebe es, mit Freunden essen zu gehen. Das ist für mich so ein Moment, wo ich einfach entspannen kann und nicht aufs Handy gucke und einfach wirklich mal kurz, wirklich im Moment bin. Und lass uns jetzt mal das Wasser im Mund zusammenlaufen. Was ist dein Lieblingsessen? Ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, Sushi, gutes Sushi ist mein Lieblingsessen. Ich probiere aber gerade super gerne, weil ich auch viel unterwegs bin, neue Sachen aus. Also immer so Lokal-Restaurant-Empfehlungen finde ich total spannend, wenn vielleicht auch wirklich lokale Sachen sind. Oder in Berlin zum Beispiel, wo ich jetzt natürlich viel bin, gibt es ja auch ganz, ganz viele spannende, zum Beispiel afrikanische Restaurants oder so. Also es gibt sehr, sehr viele spannende Sachen und das Gute ist, ich habe auch viel Hunger. Es gibt übrigens in Magdeburg einen sehr guten neuen Japaner am Hasselbachplatz. Oh, sehr gut zu wissen. Den Namen kann sich keiner merken, aber der ist super lecker. Also wenn du noch ein bisschen Zeit hast, den kann ich wärmstens empfehlen. Hunger und Mittagessen muss gegessen werden, also warum nicht? Frag mich nach dem Interview nochmal, ich gebe dir nochmal den Namen. Das machen wir. So, wenn wir schon über das Essen reden, kochen lässt du oder kannst du kochen? Ich würde so gern kochen können und ich würde dir jetzt so gerne sagen, ja ich kann kochen, ich kann so viel in der Küche, ich kann nichts. Ich kann gar nichts in der Küche leider und das ist ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man selber gerne gut essen geht und das selber gar nicht machen kann, dann ist man sehr angewiesen auf andere Leute. Aber damit komme ich klar, das finde ich alles in Ordnung. Meine Freundin ist sehr, sehr gut in der Küche und ich kann sie so ein bisschen unter die Arme greifen. Der Satz ist aber interessant. Ja, es ist so ein bisschen, sie ist so eine sehr gute Köchin. Okay. So, was ich auch noch wissen möchte, was für Mucke hörst du eigentlich privat, außer Prince? Jetzt gerade aktuell sehr, sehr viel aktuelle Popmusik. Also ich habe so eine Sommer-Pop-Playlist, die ich selber gerne höre und noch eine andere Sommer-Playlist, die ist so 2000er-R'n'B-mäßig. Das finde ich immer ziemlich cool im Sommer, weil es halt irgendwie sehr tanzbar ist, aber trotzdem nicht zu Ballermäßig. Also schon sehr verschieden, aber so 2000er-Pop-R'n'B-Musik, aktuelle Popmusik und dann halt eben so echt 80er, 70er, Prince höre ich super gerne, Michael Jackson und auch manchmal wieder die Beatles, weil ich bin mit den Beatles quasi aufgewachsen. Das war meine erste Begegnung mit Musik. Ja, und wenn wir in den 2000ern sind, wahrscheinlich dann auch Jean-Paul und sowas. Ja, aber tatsächlich dann eher nur, wenn er mal ein Feature ist, weil nur die Jean-Paul-Songs, die streifen mich dann zu sehr. Das verstehe ich einfach zu wenig. Also wenn Beyoncé mit dabei ist, geht's. Gut, unsere Morningshow hat da noch ein paar Fragen. Bist du eher Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Leider eher Morgenmuffel und ich muss oft früh aufstehen, das passt nicht gut zusammen. Aber wenn Interview-Tour ist, musst du leider durch, ne? Ja, man sieht ja auch so viele nette Menschen, die alle ja auch so viel Energie haben schon am Morgen, entsprechend ist das kein Problem. Okay, dein perfektes Rezept, um dann eben morgens fit zu sein oder zu werden? Kaffee, Kaffee und nochmal Kaffee und eine kalte Dusche tatsächlich. Welchen Freizeitsport betreibst du gerne bzw. hast du den betrieben, als du noch Zeit dafür hattest? Also ich würde sehr, sehr, sehr gerne mehr Joggen gehen, weil ich das sehr gerne mag und ich wirklich gut abschalten kann dabei. Aber gerade mache ich es zu wenig und wirklich, ich merke das auf der Bühne. Also nach drei Songs, wenn man dann einmal durchatmen muss, das ist nicht so gut entsprechend. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt wieder, ein bisschen mehr laufen zu gehen. Ja, jetzt wirst du mal ganz intim. Deine Spitznamen. Meine Spitznamen, also meine Eltern nennen mich Timmy, weil ich, ja das ist so die Verniedlichung von Tim. Meine Eltern kommen aus Polen, deshalb ist es manchmal auch Timuch polnisch. Ansonsten, ja beim Fußball war es früher echt immer Kamrad auch, also Kamrad, geh mal lang oder so, also sowas. Ansonsten gibt es gar nicht so viele Spitznamen, also das ist es. Mein zweit Name ist Lukas und manchmal, wenn meine Freunde mich ärgern wollen, nennen die mich Lukas. Okay, so jetzt haben wir noch ein paar kurze Fragen und ein paar kurze Antworten und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Was bedeutet Glück für dich? Das machen zu können, was ich am meisten mag, das ist Musik und mit den Leuten umgeben zu sein, die ich liebe. Ohne welche drei Dinge kannst du nicht leben? Kaffee, Gitarre, gutes Essen. Ein weiblicher Star, den du mal angehimmelt hast. Aktuell Dua Lipa. Okay, welche Erfahrungen hast du mit Online-Dating? Bedingt gute, weil ich seit acht Jahren in einer Beziehung bin, entsprechend nur zweite Hand-Erfahrung. Ja, okay, wovor hast du Angst? Irgendwann mal nicht mehr das machen zu können, was ich liebe. Ich habe wirklich immer wieder Angst, dass es irgendwann nicht mehr geht, dass ich Musik machen verlerne. Das ist ganz komisch. Ich habe wirklich so eine Phobie, dass ich es irgendwann nicht mehr kann. Also keine Songs mehr schreiben kann oder irgendwas, dass es einfach verloren geht. Aber bis jetzt geht es noch. Wir machen uns da keine Sorgen. Glaubst du an Außerirdische? Also ohne hier rüber zu kommen, wir wollen wie ein Verrückter. Ja, weil ich glaube nicht, dass wir als Menschen die einzigen Wesen in diesem unendlichen Universum sind, die hier rumlaufen. Aber ich hoffe, die Begegnung dauert noch. Weil wenn die hier rüber kommen, dann sollten wir uns Sorgen machen, glaube ich. So richtig viele Jahre auf der Bühne hast du dir jetzt noch nicht gestanden. Aber gab es schon irgendeinen peinlichen Moment, den du niemals vergessen wirst? Ja, einige tatsächlich. Also tatsächlich mal so Städtenamen vertauschen, der Klassiker. Einmal passiert, darf nie wieder passieren. Und es gibt meistens vor so großen Bühnen, also gerade auf Festivals, gibt es so Subwoofer. Die stehen vor der Bühne, damit die Bühne nicht zu sehr vibriert. Und da ist meistens so eine kleine Lücke zwischen. Und ich sage mir immer am Soundcheck, da gehe ich jetzt nicht drauf. Ich gehe da nicht drauf, das ist mir zu riskant. Während der Show aber bin ich immer so voller Adrenalin, da ich draufgehen will. Und ich bin einmal wirklich abgerutscht und hing dann so ein bisschen zwischen den beiden, zwischen der Lücke. Und es war echt nicht gut. Aber ich bin rausgekommen und jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ach man, wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Interview. Macht Spaß mit dir. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.